Musik Mir ahndet heut' nichts Guts, Kollege Licht. Der Henker Holtz hätt' ich's doch bald vergessen. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Beträcht. So. Der Herr Gerichtsrat Kömpft. Wer Kömpft? Der Herr Gerichtsrat Walter Kömpft aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heut' noch trifft er bei uns ein. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heut'. Ob wir... Was? Ja, den ersten in der Woche. Und jene scharfen Leute, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das... Ach, das wären die... Die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Frau Martha Holtz, bringt eure Klage vor. Ich klag', ihr wisst's. Ihr wegen dieses Krugs. So sprich, wer war's? Wer sonst? Sagt sie. Und wer auch keinem des Adners? Und schwört mir zu, dass er's gewesen? Was schwor ich euch? Was hab' ich euch geschworen? Nichts schwor ich, nichts euch! Eva... Nein, dies lügt ihr! Da hört ihr's! Das schwund jetzt, verfluchtener! Schweig! Soll ihr die Faust, den Rachen, dir nicht schnaufen!